Places, Places, quickly! Heil Hitler! Heil Hitler! Pst, Helene! Ja? Kommen Sie. Haben Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, ja. Es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Diese Männer wollen für die Rolle von William Josef Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Und besser konnten wir nicht finden? Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, ja, ja. Herr Gott noch mal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh, ja. Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. Ja. Magisch. Magisch. Schauspieler! Geschult in der Kunst der Verkleidung und Enttäuschung, ja. Ähnlich wie Spioner. Vielleicht ist ja ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen? Oh, ja. Mein Führer. Und meine Kinder haben auch gelesen. Ich liebte ihn, Herr Hitler. Super gut. Herr Hitler, wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Ich bin so sorry, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? Nein, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schocker? Ein Jude? Ein verräterischer Jude? Nein, nein, mein Führer. Ich bin aus Arizona. Sie kommen immer wieder. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne Sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh. So ging das. Ich habe ihn vernichtet. William. Oh. Josef. Oh. Ot exactly. Oh. 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 Ah, Helene, mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silber fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo! Um Gottes Willen. Mutti, mir ist so kalt. Weg! Weg! Sie! Sie spielen die Szene. Helene, zusammen mit Ihnen! A cold-blooded terrorist, that is what you are!